Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Montagmorgen um genauer zu sein. Der 13. März im Kalender, wenn mich nicht alles ertet und ich mich schon wieder verschiesse. Ich begrüsse euch herzlich zu der neuen Geek Talk Daily. Heute mit dem Programm Amazon Prime, Google Home, Pocket, Tag Heuer, Mass Effect, Soundcloud und my Android. Wir kommen zu den Themen. Amazon Prime Now. Das ist das Angebot, in dem man sich innerhalb von zwei Stunden etwas liefern lassen kann. In Deutschland aktuell möglich, in Berlin und in München. Da wird das Angebot ausgebaut. Zusätzlich wird es noch deutlich aufgeschraubt, indem man nicht nur vom Smartphone und vom Tablet aus buchen kann oder bestellen kann. Das Ganze geht zukünftig jetzt dann auch vom Rechner aus. Also hier sieht man, Amazon ist kräftig daran, an seinen Möglichkeiten zu schrauben. Und das ist auch gut so. Das bringt andere dazu, auch besser zu werden. Die Google Home kennt ihr sicherlich, diese Sprachassistent. Wenn nicht, dann habt ihr sicherlich unsere Sonderfolge dazu verpasst. Link dazu ist natürlich bei uns in den Shownotes mit drin verankert, damit ihr die nicht verpasst, sofern ihr es habt. Ja, ich drehe mich im Kreis. Was ich dazu sagen wollte, es gibt jetzt ein lustiges Video von der Outline. Die haben die dümmsten Antworten, die die Google Home geben kann, bearbeitet und in einem Video verpackt. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Trump kommt auch vor, somit sicherlich auch etwas für den Jan. Pocket, kennt ihr das? Gibt es ja Instapaper, Pocket und verschiedene Dienste, mit der ihr euch gewisse Webseiten und andere Dinge wegspeichern könnt, Notizen und so weiter. Und die Pocket App, die hat jetzt eine iMessage-Einbindung bekommen. iMessage ist ja seit dem letzten macOS-Release oder besser gesagt iOS-Release, beiden Releasen zusammen, sehr, sehr interessant geworden. Genauer gesagt, nur ein iOS-Release, weil auf dem Mac geht es ja leider immer noch nicht. Da kann man ja fremde Apps mit einbinden. Sei es Scan machen, direkt aus iMessage raus, was auch immer. Neu könnt ihr auch euer Pocket-Verzeichnis scrollen und dann das jeweilige, was ihr gerade im Sinn habt, euren Kollegen, Freunden oder wemach immer mitteilen. Sehr, sehr praktisch. Wer also auf diesen Dienst setzt, sollte sich das Ganze runterladen und aktivieren. Dann gehen wir über zum nächsten. Wie hat es, glaube ich, schon mal irgendwie in einer der Folgen hier im Daily. Tagheuer will ja seine neue Android Wear Smartwatch vorstellen und dazu gibt es jetzt einen Termin. Der 14. März. Wer auf den Terminkalender schaut oder am Anfang aufgepasst hat, das ist morgen. Und wahrscheinlich werde ich euch morgen nochmals ein bisschen was zu Tagheuer haben. Mass Effects Dromedar. Andromeda, besser gesagt. Dazu gibt es jetzt einen Trailer in diesem Internet. Ein bisschen verfrüht online gegangen ist der Electronic Arts Trailer zum Spiel. Wer das schon biebert oder wer sich freut auf das Spiel, sollte sich das Ganze nicht entgehen lassen. Aber Vorsicht, das macht noch mehr Lust auf das Spiel. Also somit hoffen wir doch, dass das Ganze bald rauskommen wird. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wir im Geek Talk haben natürlich auch eine Spiele-Sektion im Mutter-Podcast. Abonniert doch diesen da. Dann geht es über zu Samsung. Samsung hat jetzt geschafft, die Übernahme von Harman Cardone haben sie jetzt über die Bühne gebracht. 112 US-Dollar gab es pro Aktie. Also wenn ihr so eine besessen habt, habt ihr ein bisschen Geld bekommen. Ich habe jetzt nicht recherchiert, ob ihr da genügend oder mehr oder wie auch immer rausbekommen habt. Auf jeden Fall hat es für Samsung geklappt. Harman wird weiterhin als eigenständige Tochtergesellschaft bestehen bleiben im Samsung-Universum drin. Somit auch die ganzen Untermarken JBL, Bang & Olufsen etc., die da mit drunter sind. Sympathisch hoffen wir, dass das auch so bleiben wird, weil es sind doch ein paar mehr oder weniger starke Marken mit drunter. Dann kommen wir zum Soundcloud. Wir haben es ja immer wieder mal Apple Music, Spotify, Google Music. Das sind halt die grossen Namen. Apple, Google logischerweise, weil Smartphones und Tablets, die das Ganze vorinstalliert haben. Spotify hat sich schnell einen grossen Namen gemacht und konnte als Gewinner rausgehen. Die letzten Zahlen waren ja, glaube ich, bei 50 Millionen zahlenden Nutzern. Nur Soundcloud tut sich da schwierig. Vor kurzem hatten wir in den News berichtet, dass Soundcloud den erst gerade eigentlich vor kurzem vorgestellten Soundcloud Go, jetzt habe ich Soundcloud Go Abo von irgendwas auf 6 Euro pro Monat runtergeschraubt hat. Schon da habe ich ein bisschen die Runde geschmissen. Ja, dem wird es nicht so gut gehen. Anscheinend hat es nicht geklappt, die 100 Millionen Dollar, die sie hätten dringend gebraucht, einzuholen. Und ja, jetzt steht Soundcloud wieder mal auf dem Übernahmeteller. Mal schauen, ob es Google oder Spotify oder wer da schlussendlich dann zupacken wird. Ich hoffe nur für all diejenigen, die ihre Podcasts darüber veröffentlichen, dass die da eine Exit-Strategie haben und oder eine Möglichkeit auch geboten bekommen. Ja, und dann bin ich auch schon am Ende von meinem Ersten. Einen kleinen Tipp habe ich euch noch. Wenn ihr Google oder besser gesagt ein Android-Smartphone habt, dann kennt ihr das sicherlich mit der Diversifizierung, sprich mit der Möglichkeit, das Ganze ein bisschen anzupassen. Und wenn ihr euch damit noch nicht so groß beschäftigt habt, Google hat da was Lustiges rausgehauen. Das Ganze zu finden auf android.com slash myandroid. Wer nicht mitgeschrieben hat, Link bei uns auf daily.geektalk.ca in den Shownotes oder direkt in eurem Podcatcher. Da könnt ihr so ein klein, ja wie sagt man, so ein paar Fragen durchmachen. Ihr werdet da fram darauf aufgefordert, nichts zu überlegen, sondern direkt zu klicken, was euch sympathischer ist. Darunter fallen so Dinge wie runde Logos, quadratische Logos oder Flat und so weiter. Wenn ihr die ganzen Fragen durchgemacht habt, bekommt ihr am Schluss nicht nur ein Wallpaper präsentiert, was total zu euch passen soll. Oder irgendwas war es sonst noch. Und das dritte war dann eben ein Lounger, der zu euch passt. Bei mir war es, ich muss gleich kurz mal meinen P10 hervorholen, der Smart Lounger, der anscheinend für mich am besten passt. Aktuell nutze ich den Arrow, das ist derjenige von Microsoft. Ich habe mir den Smart Lounger jetzt mal wieder draufgeschmissen und werde es mal in der kostenlosen Version ausprobieren. Ich bin gespannt, ob ich damit warm werde oder wieder zurückgehe. Wie auch immer, probiert es aus, wenn ihr es nicht schon habt. In diesem Sinne, das waren meine News für den heutigen Montag. Startet gut in die Woche, seid erfolgreich und ja, lasst uns mal einen Kommentar da, vielleicht eine Bewertung auf iTunes oder wo auch immer ihr möchtet. Social Media sind wir natürlich auch zu Hause. In diesem Sinne, besten Dank, euer Pogipsi, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.